Hello Tester, please indicate that you are ready to begin by selecting I am ready to begin Und damit seit Gerüsten nicht zweig genommen, um zu einem neuen Netztest. Wir spielen, ich glaube Labor Red hieß das, wenn nicht, blende ich es dann nochmal ein hier, wir sind dieses Figurchen hier und Sauer ist hier dieser Roboter, stimmt man, dieses Roboter Dingchen, das hat uns wie eine Labor-Ratte, in Klammern und wir müssen jetzt hier Dialoge machen, Wir sind jetzt hier gezwungen, auf dem Template zu klicken, bis der KI zu kommunizieren Alright, this is a completely freeform, open space, you can explore here Aha, wie heißt hier? Set Feel free to be creative here, this is your space Und leave the world home You have returned, shall we continue? Excellent, select a puzzle from the monitor, on the right Uh, okay Beginning Tutorial 1 Please complete the following puzzle Hm Hm, war nicht weiter schwer Good work Yay Please begin the next puzzle Beginning Tutorial 2 Note the addition of guns Testers respond positively to games that contain guns Aha Was das nicht in der Wolf? Das ist eine Wälde Das ist eine Wälde Bezüglich Bezüglich Aha Wir sind aber elektrifiziert Bezüglich 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 Okay, wie machen wir das jetzt? Vielleicht das Ding... Ah, verstehe Ich muss das Ding irgendwie da runter schieben Bezüglich Reset Es muss die beiden Seiten haben, aber verstehe Okay Okay Wenn ich in eine gute Lambe runter Na toll Ah, so, sehr schön Good You have completed Tutorial 2 Are you ready to begin the testing process? Correct! You are not ready to begin the testing process Your ability to accurately assess your limitations Has been noted Better geht's Beginning Tutorial 3 As you complete this puzzle Take note of the monitor And the other testers That have completed this puzzle Already setting Aha Ah Hmm So, for that's aber nix To do what's good To do what gets done And then To do what gets done Maybe You are not ready to go Good work Please evaluate The following statement I feel less lonely now Uh-huh Remember, you are not alone. As you complete these puzzles, you are forming bonds with the other testers. Okay. Beginning tutorial 4. When you have completed this puzzle, we will review your progress. Not to... Be cautious. Resetting. Can I leave it in the middle? No, I'm not in the middle. I will leave it in the middle. Careful. Jetzt bin ich echt zuziert. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Das war meine Idee. Mist. Das hier vielleicht erstmal. Jetzt können wir mit dem hier durch. Das wäre eine Idee. Jetzt hier hoch und dann da hoch und dann... Mist. Nein. Ich würde es nicht zurücksetzen. Jetzt werden wir das gemacht. Erstmal den hier. Dann den hier. Bis hier hin. Und den ist da hoch und nicht in den Schrank geschieben. Dann können wir den anderen da runter. Aber da muss der erstmal runter gekommen sein. Ich würde es erstmal so machen. Nein. Nein. Verdammt. So. Und jetzt würde ich... Den hier verschieben. Da bin ich unter Strom. Und jetzt hier nach Umsetzung. So kann es vielleicht klappen. Ja. So kann es klappen. Aber wir brauchen einen ohne... ...ohne Strom. Einer muss unberührt bleiben. Okay, ich denke das war schon richtig. Wenn wir den durchgeschrungen haben, können wir den verdammt. Nicht zu freundlich. Hm. Wir müssen den jetzt irgendwie drüber schieben, aber... Irgendwie ohne selbst gegrillt zu werden. So wäre es eine Idee, dann können wir mit dem jetzt da durch. So könnte es klappen. Sehr schön. So, wir müssen die P-Tester-Evalence. Physiker-Ability 500. Ja. Haut hin. Physiker präsent. Correct. My profiling system is the result of millions of hours of development and has been proven accurate in almost all cases. Okay, das kann man hier noch besser schieben. By analysing the data from previous testers, I can predict what actions you will likely take in the future. Uh-huh. Wir müssen den nächsten Mal schieben, durchs... ... ... ... ... ... ... Sehr schön. Sehr gut. Here were my predictions. As expected, my predictions were 100% accurate. Sehr gut. Please complete the following puzzle. When you have finished this puzzle, I will solicit your feedback. Aha. This must also be enddiensted. Be cautious. Resetting. We can move it to the left. We can move it to the left. If we take it out, we can move it to the left. 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 Okay. Nicht So scheiße, der muss ja ohne und unberührt sein Wird gerne mal was ausprobieren Können wir die schieben, wenn wir jetzt hier Ja, können wir Wir müssen ihn nur irgendwie hier hinstellen Wo wir ihn schieben können Und wer ist mit hier Können wir den jetzt hier noch hinschieben Wir müssen den ja dort herausholen So können wir ihn bewegen Das heißt Können wir den auch wenn er hier stehen würde Dort zurecht schubsen Resetting Hm Resetting Wir können ihn dann nur mit den beiden Seiten schubsen Wir können ihn Ich glaube hier muss er stehen Ich weiß Das geht nicht Wenn er da oben stehen würde Können ich den Mach zurück Versuche gerade mal Wenn der hier steht Wenn der hier steht Wenn der hier steht Wenn der hier steht Dann schubst du den Sehr schön So geht's Good work I am now soliciting your feedback Did you enjoy the previous puzzle? Boah, geht Thank you My algorithms predict that you will also enjoy the following puzzles Oh nein Oh nein Exact same puzzle With two axeln Exact same puzzle With one edition gun Oh man Because you love guns I am giving you control of your very own gun Please be responsible Und was ist die Aufgabe? Uh huh Yeah Oh yeah Ganz Oh jetzt mein Chart Was tut ich hier? Ich bin einfach Ein doppelt müssen wir hinkriegen Das müssen wir hinkriegen Und was ist das. Eine zwei beiden Eindoppelt müssen wir hinkriegen Na halt Ich bin auch die Den einen muss ich noch runterkriegen. Hier fehlt noch einer. Ah, das bin ich sehr schön. Oh, even more guns. Ich glaube, das war nicht so gut. Okay, wir dürfen also da nicht durch. Hm. Nach hinten kann ich nicht. Ich kann nach vorne. Ich kann rechts jetzt zur Seite schieben. Ah, okay, ich kann die die Dinger hier verschieben. Ich kann nicht irgendwie da reinkommen. Ich kann nicht irgendwie da reinkommen. Das sollte nicht passieren. Ich muss die Dinger dann noch verschieben. Ich muss die Dinger dann noch verschieben nach hinten. Ich kann nichts verschieben. Ich kann nichts verschieben. Ich kann mich ja nicht drehen, oder? Kann ich nicht drehen? Was könnte ich da? Joa, kommt gleich. Ok. Da passiert jetzt relativ wenig. Ich kapier's nicht. Jetzt brauchst du sowieso nur den vorne und hinten. Ich darf also von dir selbst nicht getroffen werden. Man, mitnehmen kann ich da auch nicht, oder? Das macht keinen Sinn. Ich bin doch trotzdem nicht weg. Da müsste ich noch was vorstehen, aber... Dann könnte ich da das Zehen durch. Ja... Okay. Ich komme ja nicht weiter. Okay. Ich würde mal sagen, du mich nach oben, sonst würde ich euch gefallen haben. Das ist dein Netz-Test. Lass ein Abo dann neu sein. Und wir sehen uns im nächsten Netz-Test. Wir sehen uns in der nächsten Demo-Version. Haut daran an. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.